Also ich weiss, die Band, die hier hinten steht, die sind ziemlich bereit. Ich durfte den Soundcheck hören. Ziemlich wunderschöne, interessante Sachen. Es sind acht Mann auf der Bühne. Sie kommen aus Benin. Sie machen den Brug zwischen Afrika und Cuba. Und sie nennen sich dadurch, nicht ganz unlogisch, African Salsa Orchestra. Ich wünsche euch ganz viel von genügen mit vielen heissen Rhythmen. Und wenn ihr nochmal tanzen möchtet, seid ihr herzlich willkommen. Macht einen Applaus für African Salsa Orchestra. Ich wünsche euch ganz viel von den Bühnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020